Am 8. November 2002 ging bei der Polizei der Anruf einer besorgten Frau ein, die berichtete, dass ihre Nachbarin von einer unbekannten männlichen Person angegriffen worden sei. Die Beamten begaben sich sofort zum Tatort. Dort entdeckten sie den leblosen Körper von Annalisa Raimundo, aber das Seltsame war, dass das gesamte Haus gründlich gereinigt worden war. Während der Ermittlungen konnten die Beamten Einzelheiten einer sehr seltsamen und schrecklichen Dreiecksbeziehung aufdecken, die zu dieser Tragödie führte. Sheila Davalu wurde am 11. Mai 1969 im Iran geboren und war die Tochter eines Ehepaars, dessen Namen unbekannt blieben. Es wurde nur bekannt, dass beide im medizinischen Bereich und im Gesundheitswesen tätig waren. In den späten 70er Jahren wanderte Sheila mit ihrer Familie auf der Flucht vor Unruhen und Blutvergießen nach New York in den USA aus. Dort erwarb Sheila nach einem Studium an einer staatlichen Universität einen Abschluss in Biochemie. Zur gleichen Zeit heiratete sie Farid Mousavi, doch während ihres postgraduierten Studiums begegnete Sheila einem anderen New Yorker Kollegen, Paul Christos. Von diesem Moment an begann eine heimliche Affäre zwischen den beiden, von der Farid einige Monate später erfuhr und die Scheidung verlangte. Da sie ihrer stürmischen Affäre freien Lauf lassen konnten, schlossen Paul und Sheila schließlich im Jahr 2000 den Bund der Ehe. Zu dieser Zeit machte sie ihren Hochschulabschluss und wurde für eine lukrative Stelle in der medizinischen Forschung bei Porto Pharma in Stanford, Connecticut eingestellt. Paul arbeitete in der Zwischenzeit auf dem örtlichen Campus der Cornell University. Beruflich schien alles gut zu laufen, aber die Flamme der Leidenschaft war so gut wie erloschen. Sie waren kein zerstrittenes Paar, aber es wurde deutlich, dass ihre Beziehung in häuslicher Routine versunken war. Sheila, die sich darüber beklagte, dass ihr Privatleben gewöhnlich und langweilig war, fand bald einen Mann, der die Monotonie durchbrechen konnte. Im Sommer 2001 lernte Sheila bei einem Treffen nach der Arbeit Nelson Sessler kennen, der nicht nur gut aussah, sondern auch erfolgreich und äußerst charmant war. Nelson wiederum blieb ihr gegenüber nicht gleichgültig, versuchte nicht, ihre offensichtliche Anziehungskraft zu unterdrücken, und sie begannen sofort ein Verhältnis. Sheila gestand ihm jedoch nicht, dass sie eine verheiratete Frau ist. Als die Romanze im Büro begann, ersann sie einen raffinierten Plan, um ihren Liebhaber und ihren Ehemann zu täuschen. Sie wollte sich nicht für einen der beiden entscheiden. Sie wollte nicht offen sein und sie entscheiden lassen, ob sie sich der von ihr geschaffenen Dreiecksbeziehung anschließen wollten. In Wahrheit war Sheila von Nelson besessen. Also erfand sie einen angeblich geistig verwirrten Bruder und sagte Paul, dass er sie von Zeit zu Zeit besuchen würde. Außerdem hätte dieser Bruder verärgert sein können, als er erfuhr, dass sie jetzt verheiratet war. Deshalb musste Paul bei solchen Gelegenheiten aus dem Haus verschwinden. So unglaublich es auch klingen mag, der Mann glaubte Sheila, und tatsächlich half er ihr jedes Mal, wenn er an der Reihe war, das Haus zu verlassen, beim Packen ihrer Sachen, einschließlich Kleidung, Toilettenartikel und Familienfotos, und ging dann, um die Nacht bei seinen Eltern oder Freunden zu verbringen. Jedes Mal, wenn Nelson sie besuchte, erfand Sheila andere Geschichten, um ihre Ehe vor ihm geheim zu halten. Diese Frau war regelrecht besessen von Nelson. Zu ihrer Enttäuschung war sie nicht sein einziges Liebesinteresse, sondern er hatte ein Auge auf eine andere Kollegin geworfen, die neben Sheila arbeitete. Annalisa Raimundo wurde im September 1977 in Brooklyn geboren und war die älteste Tochter von Rinat und Susan Raimundo, einem philippinisch-amerikanischen Ärzte-Hepaar. Sie hatte eine Schwester, Bernadette und einen unbekannten Bruder, und sie zeigte immer die Vorboten des Erfolgs. Sie war schön, energisch, intelligent und stark. Eine weitere ihrer vielen Eigenschaften war ihre bedingungslose Liebe zu ihrer Familie und insbesondere zu ihrer Schwester. Nach ihrem Abschluss an der Harvard University in Massachusetts erwarb sie einen Masterabschluss an der Columbia University in New York und bekam dann eine Stelle bei Porto Farmer, wo sie von Anfang an die Bewunderung ihrer Kollegen gewann. Das Leben der jungen Frau war damals alles, wovon sie träumte, und noch mehr. Und so verliebte sich Anna inmitten dieses idyllischen Alltags, zwischen perfekter Arbeit und Selbstverwirklichung, in den verführerischen Nelson, der einen Stein verzaubern konnte. Als sie ihn kennenlernte, wurde ihr klar, wie unterschiedlich sie waren. Sie hatte die Sache eher auf die leichte Schulter genommen, weil sie sich die Zeit nehmen wollte, den anderen kennen und mögen zu lernen, und vielleicht hatten sie sich deshalb nicht viele Gedanken über ihre Beziehung gemacht. Doch gegen Winter 2001 beschloss Nelson mit Sheila Schluss zu machen und führte als Vorwand seine Absicht an, mit Anna etwas Dauerhaftes zu schaffen. Sheila reagierte darauf gleichgültig und hielt ihre Beziehung für einen bloßen Sommerflirt. In der Zwischenzeit erhielt Anna ein sehr lukratives Jobangebot, kündigte ihren Job und zog zu einem anderen Unternehmen in New Jersey. Die Affäre lief gut, und sie fühlte sich bereit, sich an Nelson zu binden. Allmählich wurde er Teil ihres Lebens, und in der zweiten Hälfte des Jahres 2002 zogen Anna und Nelson zusammen und begannen, ihre Beziehung offener zu zeigen, was Sheila unbeschreibliches Leid bereitete. Und sie versuchte mit aller Kraft, diese Liebe wieder aufleben zu lassen, was nun völlig unmöglich war. Inmitten dieses inneren Sturms tat sie unmögliche Dinge, wie zum Beispiel so, als ob sie den guten Rat ihres Mannes in einer Angelegenheit suchte, die ihr am Herzen lag. Sheila begann Paul von der angeblichen Dreiecksbeziehung im Büro zu erzählen. Sie bat um Rat für eine imaginäre Freundin, die sie Melissa nannte, und die niemand anderes als sie selbst war. Sie ließ sich sogar die Nachtsichtbrille ihres Mannes und ein Abhörgerät, um Melissa zu helfen, Nelson zu beobachten. Dann unternahm die junge Frau einen riskanteren Schritt. Sie kaufte einen Bausatz zum Knacken von Schlössern und verbrachte einige Zeit damit, den Umgang damit zu lernen. Etwa zur gleichen Zeit erfuhr Sheila, dass Nelson nach Las Vegas fliegen würde, und da er allein war, fiel ihr nichts Besseres ein, als ihm an sein Ziel zu folgen und ihn glauben zu lassen, dass ihr Treffen am selben Ort nur ein Zufall war. Als Nelson zurückflog, stellte er überrascht fest, dass Sheila sich als seine Sitznachbarin entpuppte. Obwohl der Fall nicht weiterverfolgt wurde, hatte Sheila bereits einen Plan, der das Leben aller Beteiligten verändern sollte. Am Freitag, dem 8. November 2002, ging Nelson frühmorgens zur Arbeit, und Anna wollte sich an diesem Tag mit ihren Kollegen treffen, um sich auszuruhen. Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr gelang es Sheila in das Haus einzudringen, und dort nahm sie Anna mit einem Messer das Leben, dann wusch sie sich die Hände und die Badewanne und floh vom Tatort. Kurz nach Mittag ging Sheila in ein nahegelegenes Restaurant und benutzte ein Münztelefon, um den Notdienst anzurufen. Sie identifizierte weder sich selbst noch das Opfer, sagte aber, dass ihre Nachbarin von einer unbekannten männlichen Person angegriffen worden sei. Nach dem Notruf trafen die Ermittler Tom Ginte und Greg Holt in Annas Wohnung ein und fanden sie auf dem Boden liegend vor. Da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab, nahmen sie an, dass sie ihrem Angreifer selbst die Tür geöffnet hatte. Stattdessen gab es Anzeichen für einen gewaltsamen Kampf, einen kleinen Blutfleck und verstreute Gegenstände. Darunter die Pflanzen, die Anna so sehr am Herzen lagen. In der Zwischenzeit war es Zeit, fand ein Treffen mit den Kollegen statt, zu dem Anna nicht erschien. Sie dachten nicht weiter darüber nach, da Anna eher unpünktlich war, riefen aber nach einiger Zeit über 20 Mal an, auf die sie nicht reagierte. In der Zwischenzeit gingen die Ermittlungen weiter, und wie in solchen Fällen üblich, konzentrierten sich die Agenten auf die unmittelbare Nachbarschaft, angefangen bei ihrem Freund, den sie aber nicht zu suchen brauchten, weil Nelson selbst zum Haus fuhr. Tom und Greg überbrachten ihm die Nachricht und baten ihn dann, draußen zu warten. Im Gegensatz zu Annas Familie, die von der Nachricht fassungslos war, nahm Nelson sie gelassen auf und fragte nicht einmal nach Einzelheiten, was die Beamten überraschte und dazu führte, dass der Mann ohne weiteres ins Bett ging. Der ungewöhnliche Umgang mit den Neuigkeiten machte ihn zum Hauptverdächtigen. Während des Gesprächs mit dem Mann befragten die Beamten ihn zu früheren Affären, um Hinweise zu finden. Obwohl Nelson zwei Ex-Freundinnen erwähnte, die beide psychische Probleme hatten, sagte er nichts über Sheila, vor allem weil er sie für eine psychisch stabile Frau hielt. Eine spätere Überprüfung seiner Arbeitsunterlagen bestätigte sein Alibi, und es stellte sich auch heraus, dass Nelson mit derselben Kleidung nach Hause ging und wieder zurückkehrte, ohne dass sich Blutspuren darauf befanden. Aufgrund der Beschreibung in dem anonymen Anruf konzentrierte die Polizei ihre Suche auf den anderen Verdächtigen. Die Schwierigkeit bestand jedoch darin, dass es keinerlei Anhaltspunkte gab, und auch der Anrufer konnte nicht identifiziert werden, obwohl es eine gewisse Hoffnung gab, nachdem die Verbindung zurückverfolgt worden war. Der Besitzer des Restaurants mit dem Münztelefon sagte, er könne sich nicht erinnern, wer den Apparat benutzt habe. Die Ermittler durchkämmten auch die Nachbarschaft und fanden niemanden, dessen Stimme mit der der geheimnisvollen Person übereinstimmte. In dieser scheinbar ausweglosen Situation war das einzige wichtige Beweisstück eine Blutspur an Annas Waschbecken im Badezimmer, die die Behörden jedoch nicht mit einer Person in Verbindung bringen konnten. Die Autopsie ergab, dass Anna eine Stichwunde erlitten hatte, die ihre Lunge durchbohrte, sowie mehrere Schläge auf den Kopf. Die Polizei begann zu spekulieren, dass der Anrufer in den Mord verwickelt gewesen sein könnte, aber es vergingen Wochen und die Spur führte ins Leere. In der Zwischenzeit nutzte Sheila die Gelegenheit, um den trauernden Nelson zu trösten, und nahm die Affäre bald wieder auf. Sie freute sich über die Versöhnung und arrangierte romantische Verabredungen, darunter mehrere Ausflüge in ein Skigebiet, aber Nelson zeigte ihr durch sein Verhalten, dass die Beziehung nicht mehr als eine flüchtige, lockere Affäre war. Etwa zur gleichen Zeit verfiel Sheila aus Frustration darüber, dass sie bei dem Mann, von dem sie besessen war, nicht die gleichen Gefühle empfinden konnte, in eine Art Depression. Sie schlief mehr als sonst. Es fiel ihr schwer, einfache Aufgaben zu erledigen, beispielsweise Rechnungen zu bezahlen, und Paul, der sich nichts zu Schulden kommen ließ, bemerkte diese Anzeichen nicht. Plötzlich hörte die Frau auf, traurig zu sein. Am Morgen des 23. März 2003 wachte Sheila mit neuem Elan auf, ließ sich die Nägel machen, telefonierte mit einigen Freundinnen und verabredete sich mit Nelson für den Abend zu Hause zum Essen. Nach dem Essen schlug sie Paul vor, etwas Aufregung in ihre Beziehung zu bringen, brachte ihn ins Schlafzimmer, verband ihm die Augen und fesselte ihn mit Handschellen an einen Stuhl. Die Idee war, ihn mit unbekannten Gegenständen zu berühren und ihn dazu zu bringen, sie zu erraten, aber das war kein Spiel. Ihr Plan war ungeheuerlich. Sheila nutzte seine Schwäche aus und stach ihm zweimal mit einem Küchenmesser in die Brust und versuchte dann, ihn davon zu überzeugen, dass es sich um einen Unfall handelte. Obwohl Paul nicht genau wusste, was passiert war, wusste er, dass er dringend ärztliche Hilfe brauchte und bat sie, den Notdienst zu rufen. Sheila tat so, als ob sie das tun würde, rief aber tatsächlich Nelsons Nummer an, um ihm mitzuteilen, dass sie den Termin absagen müsse. Anschließend teilte sie Paul mit, dass die Leitung besetzt sei. Schließlich gelang es ihm, sie zu überreden, ihn ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Doch anstatt ihn in die Notaufnahme zu bringen, hielt Sheila den Wagen in einer abgelegenen Ecke des Parkplatzes an und stach ihm mit einem scharfen Küchenmesser, das sie von zu Hause mitgenommen hatte, ein weiteres Mal in die Brust. Ein Passant wurde Zeuge des Angriffs und Paul wurde in ein medizinisches Zentrum eingeliefert. Sheila wurde von der Polizei aufgegriffen, als sie versuchte, vom Tatort zu fliehen, und wurde bald darauf von einem Kriminalbeamten verhört. Nachdem sie zunächst alle Vorwürfe abgestritten hatte, meldete sich Sheila und sagte aus, der verletzte Mann lag auf dem Boden und er sagte, können Sie sehen, ob ich blute? Ich musste mich übergeben, als ich das Blut sah. Ich kann es nicht sehen. Die Beamten überprüften die Aufzeichnung ihres Mobiltelefons, um ihre Version der Ereignisse zu bestätigen, und stellten schnell fest, dass sie die Notrufnummer nie angerufen hatte, und stellten auch fest, wen sie tatsächlich angerufen hatte. Nelson wurde von den Behörden vorgeladen und war schockiert, als er erfuhr, dass Sheila verheiratet war und ihren Mann Paul brutal angegriffen hatte. Allem Anschein nach rechnete die Frau nicht damit, dass ihr Mann überleben würde, aber es geschah ein Wunder, als er das Bewusstsein wiedererlangte. Seine Schilderung widersprach ihrer eigenen, was zu einer Reihe weiterer Fragen führte. Ich kann nicht glauben, dass Paul ihnen das erzählt hat. Erzählen Sie mir von dem Spiel, denn jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben nur gespielt, es ist außer Kontrolle geraten. Es ist nicht aus dem Ruder gelaufen. Dann hatte Nelson eine Ahnung. Vielleicht war Sheila nicht die, für die er sie hielt, sie hatte bewiesen, dass sie zu allem fähig war. Dann kam ihm Annas Tod in den Sinn, und plötzlich fühlte er, wie sich alles zusammenfügte. Nelson rief die Ermittler an, bat sie, sie als Verdächtige im Mordfall seiner Verlobten zu überprüfen und versprach, bei dem Fall zu helfen. Sheila wurde unterdessen verhaftet und des versuchten Mordes an ihrem Mann Paul angeklagt. Während sie hinter Gittern saß, schickte sie vier Briefe an Nelson. In einem davon schrieb sie, dass sie sich anders verhalten hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sie und Anna zusammenlebten. Die Briefe endeten in der Regel mit etwas zusammenhanglosen Gedichten, und mehrmals schrieb Sheila, dass sie ihn liebe und immer lieben werde. Erst dann erkannte Nelson die Tiefe ihrer Gefühle für ihn, deren Intensität den Inhalt eindeutig begrenzte. Einige Zeit später wurde Sheila gegen Kaution freigelassen. Nelson blieb in ihrer Nähe, da er sie zum Reden bringen musste. Im Frühjahr 2003 begann er, alle Gespräche mit Sheila für das Stanford Police Department aufzuzeichnen. Ein solches Gespräch fand im September 2003 in einem Schnellrestaurant statt. Nelson trug ein Mikrofon und wurde angewiesen, ein Gespräch mit Sheila zu führen und einen Folgetermin zu vereinbaren. Im Verlauf des Gesprächs brachte Sheila ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass die Polizei nicht in der Lage war, das Rätsel um den Tod seiner Verlobten zu lösen. Daraufhin stellte Nelson ihr eine direkte Frage über Anna und wann sie sie zuletzt gesehen habe. Sheila antwortete, dass sie sich in einem Aufzug in einem Pharmaunternehmen getroffen und nie wieder gesehen hätten. In der Zwischenzeit war es Zeit für Pauls Verhandlung und wie vorherzusehen war, griff Sheila zu allen möglichen Tricks, um sich von ihrer Schuld freizusprechen. Sie behauptete, sie sei das Opfer einer bizarren Verkettung von Umständen, die zu dem Angriff geführt hätten. Sie sagte, sie habe starke Schmerzen und Anspannung verspürt, ein Messer ergriffen und begonnen, sich auf eine Weise zu verhalten, die ihr bis dahin völlig fremd war, da sie bei anderen Gelegenheiten nie gewalttätig gewesen war. Sheila behauptete, sie könne sich nicht einmal an die Tat erinnern. Sie stützte ihre Strategie auf das Argument, sie leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Eine Theorie, die später von ihren Anwälten unterstützt wurde, die argumentierten, der Angriff auf ihren Mann sei ein Unfall gewesen, der durch ein emotionales Ungleichgewicht verursacht wurde. Die Staatsanwälte hingegen waren davon überzeugt, dass Sheila absichtlich verzögerte, Hilfe für Paul zu suchen, in der Hoffnung, dass der Blutverlust tödlich sein würde, weil sie so in der Nähe von Nelson sein konnte. Catherine Ramsland, Professorin für forensische Psychologie, sagte, nichts in ihrem Verhalten deute darauf hin, dass sie sich Sorgen gemacht habe, ob Paul überleben würde. Sheila wurde schließlich des versuchten Mordes an Paul für schuldig befunden und zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt, für die sie in eine Frauenvollzugsanstalt verlegt wurde. Paul reichte noch im selben Jahr die Scheidung ein. Da der einzige Verdächtige in Annas Mordfall hinter Gittern saß, hatten die Ermittler viel Zeit, um alle Unterlagen zusammenzutragen und den Fall vor Gericht zu bringen. Drei Jahre später konnte Sheila aufgrund von DNA-Spuren im Waschbecken direkt mit Annas Fall in Verbindung gebracht werden, sodass die Behörden sie des Mordes an der Frau, die sie für ihre Rivalin hielt, anklagen konnten. Die Verhandlung in diesem Fall fand 2012 statt. Sheila verzichtete auf ihr Recht auf einen Anwalt und beschloss, sich selbst zu vertreten. Sie wurde jedoch während des gesamten Prozesses von ihrem Pflichtverteidiger Barry Butler beraten. Am 10. Februar 2012 wurde Sheila für schuldig befunden und zusätzlich zu ihrer vorherigen Strafe zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Verbüßung ihrer ersten Strafe sollte Sheila von New York City in eine Justizvollzugsanstalt in Connecticut verlegt werden. Sie würde erst im Jahr 2079, wenn sie 110 Jahre alt sein würde, auf Bewährung entlassen werden können. Im November 2017 brach Sheila zum ersten Mal seit 15 Jahren ihr Schweigen gegenüber den Medien und gab dem berühmten Fernsehmoderator Pierce Morgan ein besonderes Interview. Vor den Kameras trug Sheila ein einfaches rotes Oberteil, einen grauen Rock und eine schwarze Strumpfhose und ein Kreuz um den Hals. Im New Yorker Women's Correctional Center, das als Inspiration für das Gefängnis in der Netflix-Serie Orange is the Season Hit diente, sagte sie, sie sei unschuldig an den beiden abscheulichen Taten, die ihr zugeschrieben werden. Beweise sind nicht gleichbedeutend mit der Wahrheit. Und obwohl sie ihre Rolle in Pauls Fall zugab, bestritt sie, dass es ihr Wunsch war, sein Leben zu beenden. Sheila beharrte auch darauf, dass sie zum Zeitpunkt von Annas Tod nicht in ihrer Wohnung war, da alle Argumente zu dieser Zeit darauf hinausliefen, dass Spuren ihrer DNA, die in Annas Badezimmer gefunden wurden, das Ergebnis einer Kreuzkontamination von Beweismitteln durch Polizeibeamte waren. Sie bestritt auch das von der Staatsanwaltschaft angeführte Motiv und argumentierte, dass sie sich durchaus von ihrem Mann hätte scheiden lassen können, anstatt zu einer so drastischen Maßnahme wie einem tödlichen Angriff zu greifen. Im Jahr 2017 wird die japanische Bevölkerung von Entsetzen ergriffen, nachdem ein erschreckender Fall gelöst wurde. Das Verschwinden einer jungen Frau führte zu einer Untersuchung, die eine grausame Reihe von Verbrechen aufdeckte. Diese grausame Geschichte spielte sich in Yokohama ab, der Hauptstadt der japanischen Präfektur Kanagawa. Die zentrale Figur in dieser tragischen Geschichte war die 23-jährige Tamura Aiko aus der Stadt Hachioji. Ihre Familie, bestehend aus ihren Eltern und ihrem älteren Bruder, wurde nach ihrem plötzlichen Verschwinden in Verzweiflung gestürzt. Tamura war ein ruhiges, zurückgezogenes Mädchen. Sie brach die Oberschule ab und lebte nach der Scheidung ihrer Eltern bei ihrer Mutter. Im Mai 2017 starb ihre Mutter an einer Krankheit, was für Tamura ein verheerender Schlag war und zu psychischen Problemen führte. Bei ihr wurde Schizophrenie diagnostiziert und ihr Zustand verschlechterte sich so weit, dass sie in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden musste. Trotz der räumlichen Entfernung unterstützte Tamuras Bruder sie über die sozialen Medien mit Worten des Trostes und der Hoffnung. Die Dinge liefen gut und es schien dem Mann, dass sich das Leben seiner Schwester langsam verbesserte. Doch im Oktober 2017 verschwindet das Mädchen spurlos. Während der verzweifelten Suche nach ihrer Schwester kommt eine Reihe von Verbrechen ans Licht, die ganz Japan erschüttern. Das Schicksal von Tamura und anderen Opfern ließ niemanden gleichgültig. Der Fall gilt als einer der abscheulichsten in der Geschichte des Landes. Reisen wir zurück an den 23. Oktober 2017. Es war ein Montag, der von Schweigen geprägt war, denn Tamura hatte sich den dritten Tag in Folge nicht gemeldet, sehr zum Entsetzen ihres älteren Bruders. Aus Sorge um ihre zerbrechliche Gesundheit und ihre Neigung zu impulsiven Entscheidungen beschloss er, ihre sozialen Medien nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort zu durchsuchen. Der Beitrag, der am 20. September geschrieben wurde, jagte dem Mann einen Schauer über den Rücken. Tamura schrieb, ich will sterben, aber nicht allein. Wenn du mich begleiten willst, schick mir eine SMS, ich bin bereit, mich in Tokio zu treffen. Hast du ein Auto? Unter mehreren Antworten war eine besonders beunruhigend, nimm illegale Substanzen oder Alkohol, um die Angst zu betäuben. Meine Wohnung steht dafür zur Verfügung. Tamuras Antwort, die er 21 Tage später erhielt, war voller Verzweiflung. Können wir es heute machen? Ich habe nur 1000 Yen. Wir können ohne Waffen auskommen. Wo befinden sie sich? Sind sie ein Mann oder eine Frau? Dieser Dialog beunruhigte Tamuras Bruder, der eine unheimliche Begegnung befürchtete. Um sie zu finden, gab er auf seinem Konto eine Vermisstenanzeige auf, in der sie den mysteriösen Mann beschrieb und die Öffentlichkeit um Hilfe bat. Nach einem Tag vergeblicher Suche meldete sich der Mann bei der Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Untersuchung ein, die schnell zu einer entscheidenden Spur führte. Tamura wurde zuletzt am 23. Oktober um 13.45 Uhr am Bahnhof Hachioji gesehen, in Begleitung eines Mannes Mitte 20 mit schulterlangem schwarzem Haar und schlanker Statur. Es wurde festgestellt, dass sie von Hachioji zum Bahnhof Matida und dann mit der Odawara-Linie zum Bahnhof Suba Daima in Asama gefahren sind, der weit von ihrer Wohnung entfernt ist. Um 14.04 Uhr waren sie bereits dort. Um 7 Uhr abends waren sie beide vom Bahnhof verschwunden. Der Fall nahm eine neue Wendung, als einer der Internetnutzer, der mit dem Mann kommuniziert hatte, auf Tamuras Konto schrieb und Informationen lieferte. Es handelte sich um eine junge Frau, die angab, sie habe sich mit dem Mann am 30. Oktober am Bahnhof Suba Daima verabredet. Die Polizei riet der Frau, sich nicht dorthin zu begeben und schickte stattdessen verdeckte Ermittler, unter denen sich auch Tamuras Bruder befand. Am Nachmittag entdeckte das Überwachungsteam einen Mann, auf den die Beschreibung auf dem Video passte und der auf jemanden zu warten schien. Da sie vorsichtig waren, folgten sie ihm zu einem zweistöckigen Haus in der Nähe, das nur 750 Meter vom Bahnhof entfernt lag. Der Mann ging in seine Wohnung und wurde von den Polizisten verfolgt. Als die Beamten an der Tür klopften, rochen sie einen ekelhaften Geruch. Als die Tür aufschwang, bot sich ihnen ein düsterer Anblick. Tamuras Bruder bemerkte sofort ihre weiße Tasche darin. Als er nach Tamura gefragt hatte, deutete der Mann mit einer Geste auf den Eisschrank, was auf ihre Anwesenheit schließen ließ. Der Grundriss der Wohnung war einfach, aber gleichzeitig auch beunruhigend. Beim Betreten der Wohnung befanden sich links ein Badezimmer und eine Küche, darüber ein kleiner Dachboden. Dies war auch das Wohnzimmer, in dem die schreckliche Entdeckung gemacht wurde. Die Polizei fand acht Kisten. Und als sie auf Anweisung des Mannes die Gefriertruhe öffneten, entdeckten sie ein monströses Bild. Unter den Schichten von Katzenstreu befanden sich menschliche Köpfe, Beine, Arme und verschiedene Knochen. Die Überreste derjenigen, die vor einiger Zeit verschwunden waren. Eine schnelle Untersuchung von acht Kisten im Wohnzimmer ergab, dass sieben von ihnen zerstückelte menschliche Knochen enthielten und die achte ein chaotischer Haufen war. Der Mann wurde sofort festgenommen und eine große Anzahl von Polizeibeamten traf am Tatort ein und begann mit einer offiziellen Untersuchung. Am Tatort fanden sich neben der Kiste mit den giftigen Substanzen in den anderen sieben Kisten insgesamt neun menschliche Köpfe und 240 Knochen, die einen unerträglichen Verwesungsgestank verströmten. In dem blutgetränkten Badezimmer fand die Polizei außerdem eine Säge, eine Schere, ein Seil und eine Reihe anderer belastender Werkzeuge sowie mehrere Paar Schuhe und Ledergeldbörsen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass von den neun Opfern eines männlich war und alle zerstückelt waren. Die Todesursachen sind noch nicht geklärt. Der letzte Todesfall liegt weniger als zwei Wochen zurück, der erste sogar etwa drei Monaten. Als sich die Nachricht verbreitete, versammelte sich eine ganze Menschenmenge, darunter viele Journalisten vor dem Haus und die Polizei war gezwungen, den Tatort mit einer blauen Plane abzudecken. Die von den Beamten befragten Nachbarn gaben an, dass es keine ungewöhnlichen Geräusche gab, die nicht mit der Nähe der Bahnlinie zusammenhingen. Allerdings hatten viele Anwohner einen unangenehmen Geruch wahrgenommen, seit sich ein Mann im ersten Stock des Gebäudes niedergelassen hatte. Am 9. November 2017, 16 Tage nach dem Vorfall, hatte die Polizei 9 Opfer durch DNA-Übereinstimmungen identifiziert. Es handelte sich um Miura Mitsuki, eine 21-jährige Büroangestellte aus Atsugi in der Präfektur Kanagawa, die 15-jährige Oberschülerin Hongi Ishihara und weitere Personen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren, von denen viele an psychischen Erkrankungen litten. Der Fall schockierte die japanische Gesellschaft und warf die Frage auf, wie es dem Täter gelang, innerhalb weniger Monate neun aufeinanderfolgende Morde zu begehen. Die Identität des Verdächtigen wurde später aufgedeckt. Takahira Shiraishi, der im Oktober 1990 in der Stadt Zama geboren wurde, wurde zur zentralen Figur in einer Reihe von grausamen Verbrechen. Er war 27 Jahre alt, arbeitslos und lebte nur etwa drei Kilometer von seinem Elternhaus in Zama City entfernt. Sein Lebensweg war von komplexen Zusammenhängen und düsteren Ereignissen geprägt. Takahiras Familie, bestehend aus seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester, führte ein scheinbar gewöhnliches Leben. Sein Vater arbeitete als Autoteileverkäufer und seine Mutter war Hausfrau. Doch hinter diesem äußeren Erscheinungsbild verbarg sich bei Takahira eine tief sitzende Selbstbezogenheit und die Missachtung der Gefühle anderer. Seine Kindheit war von Unnahbarkeit geprägt. In der Grund- und Mittelschule war er zurückgezogen und selbst auf seinem Abschlussfoto kaum zu sehen. Familiäre Unstimmigkeiten, die in der Scheidung seiner Eltern gipfelten, führten dazu, dass Takahira sich entschied, bei seinem Vater zu leben. In dieser Zeit schwänzte er die Schule oft und nahm Teilzeitjobs an, um unabhängig zu werden. Während dieser Zeit unternahm er einen erfolglosen Versuch, sein Leben mit Hilfe von glühender Holzkohle zu beenden, zusammen mit anderen, die ähnliche Absichten hatten. Nach seinem Schulabschluss bekam Takahira einen Job in einem Supermarkt, wo er als harter Arbeiter und sehr verantwortungsbewusst beschrieben wurde. Später wechselte der Mann zu einem Elektronikhersteller. Zur gleichen Zeit tauchte er in die dunkle Welt der Zuhälterei ein und ließ sich mit zwielichtigen Persönlichkeiten ein. Im August 2012, im Alter von 22 Jahren, ging Takahira in das berüchtigte Kabukicho-Viertel in Tokio, ein Zentrum der Erwachsenenunterhaltung. Dort nahm er einen Job an, bei dem er Frauen für eines der dortigen Etablissements besorgte. Takahira verdiente ein gutes Einkommen von bis zu 300.000 Yen, etwa 2.000 Dollar, einschließlich Vermittlungsgebühren und Provisionen. Trotzdem hatte er aufgrund seines extravaganten Lebensstils nur wenig oder gar keine Ersparnisse. Im Februar 2017 kam der Wendepunkt, als Takahira in Kabukicho wegen Mädchenhandels verhaftet wurde. Daraufhin wurde er zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung und drei Jahren Bewährung verurteilt. Während seiner Bewährungszeit arbeitete er eine Zeit lang für ein Logistikunternehmen, bevor er in die Stadt Zama in der Präfektur Kanagawa zurückkehrte. Nach seiner Rückkehr begann Takahira, ein zurückgezogenes Leben zu führen und verbrachte seine Tage in einem abgedunkelten Raum, vertieft in die Welt des Internets. Eine solche Abgeschiedenheit ist in der japanischen Kultur nicht ungewöhnlich und ist auf verschiedene gesellschaftliche Zwänge zurückzuführen. Mit einer tragischen Statistik von 70 Selbstmorden pro Tag steht Japan in dieser Hinsicht an erster Stelle in der Welt. Tahira nutzte die dunklen Strömungen im Internet, wo Tod und Selbstmord heiß diskutiert wurden. Er richtete fünf Konten in sozialen Netzwerken ein, eines für öffentliche Diskussionen über diese schmerzhaften Themen und vier für die persönliche Kommunikation. Der Mann manipulierte diese Konten geschickt, um mit gefährdeten Menschen in Kontakt zu treten. Von diesem Zeitpunkt an begab sich Takahira Shiraishi auf eine grausame Reise, bei der er die Schwachstellen der Verzweifelten ausnutzte und den Grundstein für seinen späteren Abstieg zum Mörder legte. Im August 2017 kreuzte sich der Weg des 27-jährigen Arbeitslosen Takahira Shiraishi mit dem von Miura Mizuki, einer 21-jährigen Büroangestellten. Mizuki, die in der Highschool gemobbt wurde, litt unter Anpassungsstörungen und suchte oft Trost in den dunklen Ecken der sozialen Medien. Hier knüpfte sie Kontakte zu Gleichgesinnten, die ihre düsteren Gedanken teilten. Das Schicksal entschied, dass Mizuki bei einem geplanten Gruppenselbstmord am Strand nur knapp dem Tod entging. Dieser Vorfall führte sie zu Takahira und einer anderen Online-Bekanntschaft, dem 20-jährigen Takugo Nishinaki. Das Trio traf sich in einem Park und plante, gemeinsam Selbstmord zu begehen. Nach reiflicher Überlegung beschließt Nishinaki jedoch, sich von seinem Vorhaben zurückzuziehen und ein neues Leben zu beginnen. Mizuki, die über Nishinakis Weggang traurig ist, teilt Takahira mit, dass auch sie nicht weitermachen wird. Im Laufe der Zeit entwickelte Takahira jedoch eine enge Online-Beziehung zu Mizuki und entdeckte dabei ihre beträchtlichen Ersparnisse. Da er in ihr ein romantisches und finanzielles Ziel sah, schmiedete er sorgfältig einen teuflischen Plan. Takahiro besorgte sich Werkzeuge, eine Säge, ein Seil und mietete eine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs Sobodaimai, der später als Schauplatz seiner brutalen Taten berüchtigt wurde. Die Zugänglichkeit der Wohnung und die fehlende Überwachung machten sie zu einem idealen Ort für die Verwirklichung seiner kriminellen Absichten. Unter dem Vorwand, eine Kaution für die Wohnung hinterlegen zu müssen, überredete Takahira Mizuki, ihm 5.000 Yen, etwa 3.500 Dollar, zu leihen. Drei Tage nach seinem Einzug verabredete er sich mit ihr in der Wohnung. Dort gab er ihr Schlaftabletten und als sie einschlief, tötete er sie vorsätzlich mit einem Seil, das er vorbereitet hatte. Anschließend vergewaltigte der Mann die Leiche des Mädchens mehrfach. Angesichts der Konsequenzen verbrachte Takahira drei Tage damit, Mizukis Leiche in der Badewanne sorgfältig zu zerstückeln. Als der Verwesungsprozess einsetzte, begann er, die Körperteile im Kühlschrank zu lagern. Nacht für Nacht entsorgte er die Überreste diskret in nahegelegenen Mülltonnen. Die Schwierigkeit, den Kopf abzutrennen und zu entsorgen, veranlasste ihn, Eisboxen und Katzenstreu zu kaufen, um den Kopf darin zu verstecken. Am 28. August 2017 ging Takahiro Shiraishis grausame Verbrechensserie weiter. Diesmal war sein Opfer eine 15-jährige Schülerin, Hongi Ishihara. Ishihara war ein zurückgezogenes Mädchen, das gerne neue Freunde im Internet kennenlernte. In der Mittelschule stritt sie sich oft mit ihrer Mutter über ihren Unterricht und nach einem besonders heftigen Streit lief sie von zu Hause weg. In dieser Zeit, in der sie verletzlich war und in den sozialen Medien surfte, lernte sie Takahira kennen. Nach seinem üblichen Modus lockte er sie in seine Wohnung, wo er die gleichen skrupellosen Handlungen wie bei seinem vorherigen Opfer wiederholte. Das mysteriöse Verschwinden von Mizuki und Ishihara beunruhigte ihre Familien, die schnell die Behörden alarmierten. Die Ermittlungen ergaben einen erschreckenden Zufall. Die letzten Spuren ihrer Handys wurden in der Nähe des Bahnhofs Sobudaimai in der Stadt Zama gefunden. Trotz einer gründlichen Suche in der Umgebung fand die Polizei keine Hinweise. Takahira, der sich in seiner Wohnung verkrochen hatte, blieb unentdeckt. Die Geschichte des 20-jährigen Takugo Nishinaki, eines jungen Mannes mit ausgeprägtem Autismus, wurde zu einer weiteren schrecklichen Tat. Eine schmerzhafte Trennung von ihrer Freundin führte zu seinem Krankenhausaufenthalt. Eine anschließende Begegnung mit seiner Ex-Freundin brachte ihn an den Rand eines Selbstmordes, der glücklicherweise abgewendet werden konnte. Probleme bei der Arbeit verschlimmerten seine Verzweiflung und brachten ihn erneut dazu, über den Tod nachzudenken. Takugo, der Mitsuki kannte, schrieb Takahira eine SMS, als er sie nicht erreichen konnte, und sie vereinbarten ein Treffen. Danach schwand Takugos Wunsch, sich von seinem Leben zu trennen, überraschenderweise, und er informierte sogar Takahira über seine neu gewonnene Entschlossenheit, sein Leben weiterzuleben. Doch Takahira, der in ihm eine potenzielle Bedrohung witterte, die ihn mit Mitsukis Verschwinden in Verbindung bringen und so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen könnte, handelte schnell. Er lockte den Jungen unter dem Vorwand eines Routinetreffens in seine Wohnung, betäubte ihn mit illegalen Substanzen und tötete ihn auf die gleiche Weise wie Mitsuki und Ishiharu. Mit drei Opfern in seiner Wohnung wurde der Verwesungsgeruch unerträglich. In einem verzweifelten Versuch, den Geruch zu überdecken, versuchte Takahira, die Überreste zu kochen, aber der Gestank blieb bestehen. Obwohl die Nachbarn den üblen Geruch wahrnahmen, schrieben sie ihn der nahegelegenen Kanalisation zu und stellten keine weiteren Nachforschungen an, sodass Takahira ungestört seine abscheulichen Taten fortsetzen konnte. Nachdem er drei abscheuliche Verbrechen begangen hatte, hörte Takahira Shiraishi nicht auf und setzte seinen blutigen Weg fort. Bald fand er über das Internet eine romantische Partnerin, die ohne von seinen dunklen Taten zu wissen in seine Wohnung einzog. Takahiros nächstes Opfer war eine 19-jährige Universitätsstudentin, Saraki Hinako, die unter psychischen Störungen litt, die durch den starken Druck ihrer Mutter verursacht wurden. Am 15. September 2017 nutzte Takahiro eine Gelegenheit, bei der seine Freundin nicht zu Hause war, und lockte Saraki Hinako in sein Versteck, wo er sie erwürgte, vergewaltigte und ermordete. Kurz darauf überfiel Takahira die 26-jährige Hitomi Fujima, eine geschiedene Frau, die unter der Behinderung ihres Kindes und instabilen Familienverhältnissen leidet. Ihre Verzweiflung, die sie in den sozialen Medien inmitten einer zweiten Scheidung und eines erzwungenen Umzugs zum Ausdruck brachte, zog Takahiras räuberischen Blick auf sich. Ihre Begegnung nahm eine unheilvolle Wendung, als Hitomi einen Anruf von ihrem Ex-Mann erhielt, der um ein Treffen bat. Takahira dachte, dass dieser Anruf seine Pläne durchkreuzen könnte, und beschloss ihr Leben schnell und rücksichtslos zu beenden. Um den Geruch, der von seinen Opfern ausgeht, zu reduzieren, erfand er ein ausgeklügeltes Belüftungssystem für die Wohnung. Seine rücksichtslosen Angriffe forderten vier weitere Opfer. Insgesamt tötete er neun Menschen. Die neunte Kiste am Tatort war glücklicherweise leer, sie war für das zehnte Opfer bestimmt, aber das rechtzeitige Eingreifen der Polizei verhinderte eine weitere Tragödie. Aufgrund der Komplexität des Falles und der Notwendigkeit einer sorgfältigen Beweisaufnahme verzögerte sich der Beginn des Prozesses um fast drei Jahre. Am 30. September 2020 begann schließlich die Anhörung vor einem Gericht in Tokio, wo Takahira erklärte, ich bedauere, dass ich einige meiner Opfer, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, getötet habe, und ich möchte mich bei diesen Familien entschuldigen. Aber was die anderen angeht, bereue ich wirklich nichts. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich versagt habe, als ich gefasst wurde. Der Mann hat inzwischen gestanden, neun Menschen getötet und zerstückelt zu haben. Takahira behauptete, sein Motiv sei Intimität gewesen. Er wollte die Verletzlichkeit seiner Opfer ausnutzen, um sie zu manipulieren und zu missbrauchen, seine Fantasien zu befriedigen und sich keine Sorgen zu machen, dass sie seine Annäherungsversuche zurückweisen könnten. Sein Verteidiger beantragte eine Strafmilderung wegen seiner angeblichen psychischen Probleme. Das Gericht sah jedoch keinen Grund für eine Strafmilderung und verurteilte Takahiro Shiraishi am 15. Dezember 2020 zum Tode. Nach dem Urteilsspruch legten die Anwälte des Mannes Berufung ein, die Takahira jedoch drei Tage später wieder zurückzog. Er erklärte, er wolle seine Angehörigen nicht unnötig beunruhigen, indem er das Verfahren in die Länge zieht. Außerdem erklärte er, dass alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Wahrheit entsprächen und er keinen Einspruch gegen das Urteil einlegen wolle. Das japanische Amt, das für die Nutzung der sozialen Netzwerke verantwortlich ist, hat seine Regeln inzwischen überarbeitet und Inhalte, die mit Selbstmord und Selbstverletzung zu tun haben, verboten und dafür gesorgt, dass alle Verstöße umgehend entfernt werden. Dieser schreckliche Fall unterstreicht die Unantastbarkeit des Lebens und die Bedeutung der Widerstandskraft im Angesicht der Verzweiflung. Er erinnert uns daran, in den schwierigsten Momenten des Lebens Hilfe und Unterstützung zu suchen, da sich die Umstände ändern können. Gegen 17.30 Uhr am 2. Januar 2020 ging bei der Notrufzentrale ein Notruf ein. Das Opfer befand sich 15 Minuten von Bismarck, entfernt, auf dem Gelände eines Bauernhauses, das von Maisfeldern umgeben war. Der Name der Anruferin war Niki Enzel. Sie gab an, dass sie ihren Ehemann seit mehreren Tagen nicht erreichen konnte und deshalb nach ihm sehen wollte. Die Frau konnte jedoch nicht in das Haus gelangen, da es in Rauch gehüllt war. Niki konnte nicht sehen, was im Haus vor sich ging, glaubte aber, dass ihr Ehemann Chad dort war. Sie war sichtlich verzweifelt, ihr Sprechen wurde von Schluchzern unterbrochen und ihre Worte waren abgehackt und undeutlich. Schließlich verlangte die Frau, dass Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizeibeamte geschickt werden, um ihren Ehemann zu retten. Als die Beamten des Sondereinsatzkommandos am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass sich das Feuer vom Gästezimmer im ersten Stock, in dem sich der Mann aufhalten sollte, ausgebreitet hatte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, woraufhin die verbrannte Leiche eines 42-jährigen Mannes auf dem Bett des Schlafzimmers entdeckt wurde. Er lag völlig unbekleidet auf dem Bett, und auf dem Bett lag eine Schrotflinte. Die Position der Schrotflinte war völlig unnatürlich. Sie war weit von seinen Händen entfernt, als hätte eine dritte Person die Waffe dort abgelegt. Chad konnte sich nicht auf diese Weise erschossen haben und dann aufstehen und die Waffe neu positionieren. Die Polizeibeamten stellten jedoch schnell fest, dass der Mann sich selbst ins Gesicht geschossen hatte. Die Haut wies jedoch keine Verbrennungen auf, wie sie bei selbst zugefügten Schusswunden üblich sind. Der Schuss wurde also aus großer Entfernung abgefeuert. Der Brandherd könnte ein Gasheizgerät gewesen sein, eine ziemlich gefährliche Wärmequelle, die häufig Brände verursacht. Es handelt sich jedoch um eine einfach zu bedienende und kostengünstige Heizungsart, die in den USA weit verbreitet ist. Es lagen auch zahlreiche Zigarettenkippen im Haus verstreut, aber verdächtig war, dass sie nicht so aussahen, als wären sie geraucht worden. Es sah so aus, als wären sie angezündet und herumgeworfen worden, was ziemlich merkwürdig aussah. Als die Polizei in den Keller hinabstieg, fand sie eine weitere wahrscheinliche Brandursache. Unten gab es einen Ofen, dessen Oberseite stark verbrannt war. Er könnte sich während des Betriebs überhitzt haben und ein weiterer Ausgangspunkt für das Feuer gewesen sein. Es gab zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten im Gesamtbild, sodass die Polizei sofort begann, mehrere Versionen des Geschehens durchzuarbeiten, und ein Suizid schien unwahrscheinlich. Die ganze Szene wirkte eher wie eine Amateur-Inszenierung. Chad Encel ist in North Dakota geboren und aufgewachsen. Unmittelbar nach der High School ging er aufs College, wo er Ingenieurwesen, Maschinenbau und Zeichnen studierte. Nach Abschluss seiner Ausbildung zog er nach Bismarck, wo er eine Stelle als Ingenieur bei einem örtlichen Unternehmen annahm. Alle Bekannten und Freunde beschrieben ihn als einen sehr einfachen, familiären, netten und freundlichen Mann, neben seiner Tätigkeit als Ingenieur war er Baseballtrainer für eine Kinderbaseballmannschaft. An den Wochenenden trainierte er junge Sportler und moderierte auch Sportveranstaltungen. In seiner Freizeit ging er gern mit Freunden zum Bowling. Chad war immer ruhig und ausgeglichen. Er war eindeutig nicht der Typ, der aus freien Stücken in Schwierigkeiten gerät. Der Mann war von Natur aus fröhlich und ließ sich nie entmutigen, sodass er kaum wie ein Opfer einer psychischen Störung aussah, das freiwillig aus dem Leben scheiden würde. Am 6. April 2015 gab Chad auf seiner Seite in den sozialen Netzwerken offiziell zu, dass er in einer Beziehung mit einer Frau namens Nikki Zell war. Chad war drei Jahre älter. Bekannte beschrieben ihn zu dieser Zeit als sehr glücklich. Nur ein Jahr später, im Jahr 2016, heirateten sie. Die Frau hatte zwei Söhne im Teenageralter aus einer früheren Beziehung. Die Frau arbeitete als Speditionskauffrau in einem Lebensmittelunternehmen und war nach Angaben von Freunden und Familie ihres Mannes sehr selbstbewusst. Ihr Social-Media-Profil war übersät mit Selfies von ihr selbst. Nur zwei Bilder ihrer Söhne waren darunter zu sehen. Sie war auch eine ziemlich schwierige und herausfordernde Person, wie viele ihrer wütenden Kommentare über das Verhalten von Verkäufern deutlich machten. Es machte ihr offensichtlich nichts aus, ihre Wut an anderen Menschen auszulassen, und sie geriet ständig in Konflikte mit verschiedenen Personen. Viele Menschen vermieden es einfach, mit dieser Person zu kommunizieren. Neben ihrer offiziellen Tätigkeit in der Verkehrsbehörde hatte sie auch ein eigenes kleines Unternehmen. Sie beschäftigte sich mit der Bewirtung von Veranstaltungen und Feiern, insbesondere mit dem Backen von Süßigkeiten. Die Frau war in diesem Bereich sehr erfolgreich, da sie auf ihren Seiten in den sozialen Netzwerken eine große Anzahl attraktiver Werke veröffentlichte. Von außen betrachtet schien das Paar eine sehr erfolgreiche Verbindung zu sein. Der Mann war Angestellter eines großen Unternehmens und hatte eine der Führungspositionen inne, und Niki arbeitete in zwei Jobs, darunter ihr eigenes Unternehmen. Das Paar zog zwei Kinder groß, und alles verlief reibungslos bis zu jener schicksalhaften Nacht, in der die Frau den Notdienst rief. Dieser Fall war von Anfang an merkwürdig. Wenn das Paar wirklich zusammenlebte und Kinder groß zog, warum war Niki dann mehrere Tage lang nicht zu Hause, ebenso wie ihre Söhne? Diese Frage interessierte die Polizei und sie begann, die unmittelbare Nachbarschaft des Paares zu befragen. Die Bekannten und Kollegen des Mannes bestätigten, dass sie ihn seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten. Das war seltsam, denn der Mann war Abteilungsleiter und konnte seine Pflichten nicht vernachlässigen. Chad war sehr verantwortungsbewusst, und es war untypisch für ihn, Arbeitsschichten zu versäumen. Zumindest würde er die Vorgesetzten anrufen und sie waren, dass er aus welchem Grund auch immer nicht auf der Arbeit erschien. Sie waren also sofort besorgt. Es stellte sich heraus, dass der tote Mann zuletzt am 30. Dezember 2019 gesehen worden war. Auf den Überwachungskameras des örtlichen Bowlingclubs wurde der 42-jährige Chad gesichtet. Am nächsten Tag erschien er nicht zur Arbeit in seiner Firma. Daraufhin rief seine Frau Niki bei der Organisation an und teilte mit, dass der Mann sehr krank sei und ein paar Tage zur Erholung brauche. Der 1. Januar war ein Feiertag, aber der Mann sollte am 2. Januar zur Arbeit erscheinen. Da er jedoch erneut fehlte, beschlossen seine Kollegen, ihn zu Hause anzurufen und sich zu vergewissern, dass es dem Betriebsingenieur gut ging. Keiner von ihnen war jedoch in der Lage, mit Chad Kontakt aufzunehmen. Die Mitarbeiter des Unternehmens sahen sich daraufhin gezwungen, die Polizei zu rufen. Sie baten diese zu überprüfen, ob es dem Abteilungsleiter gut geht. Die Polizeibeamten kamen der Bitte nach und standen am 2. Januar 2020 gegen 13.20 Uhr vor der Haustür des Vermissten. Sie klopften an die Tür, aber niemand öffnete. Die Polizisten gingen eine Weile umher, schauten in die Fenster, fanden aber nichts Verdächtiges. Das Haus war ruhig. Sie führten keine umfassende Kontrolle durch und öffneten die Tür des Hauses nicht, da sie dazu nicht befugt waren. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann gerade seinen Rausch wegen den Feierlichkeiten des Neujahres ausschlief. Die Streifenpolizisten riefen zurück und sagten, dass Chad nicht zu Hause sei, sie aber nichts weiter tun könnten, um zu helfen. Daraufhin gingen die Polizeibeamten einfach weg. Anschließend wandten sich die Mitarbeiter des Unternehmens, die sich sicher waren, dass hier etwas nicht stimmte, an die Ehefrau des Vermissten. Die Frau sagte, dass sie bei der Arbeit sei, versprach aber nach der Schicht nach dem Ehemann zu sehen. Bereits um 17.30 Uhr meldete sie sich bei der Notrufzentrale und erklärte, dass sie wegen des Feuers und des Rauchs nicht in das Haus gelangen konnte. Am Tatort, insbesondere in dem Zimmer, in dem die Leiche des Opfers gefunden wurde, konnten die Gerichtsmediziner deutliche Anzeichen für Brandstiftung feststellen. Die Matratze war verbrannt und der Brandherd könnte eine Gasheizung gewesen sein, die in unmittelbarer Nähe der Matratze stand. Überall auf dem Boden lagen Zigarettenstümmel und leere Whiskyflaschen verstreut. Was die Polizei jedoch am meisten interessierte, war die Frage, warum die Frau des Mannes zum Zeitpunkt der Tragödie nicht mit den Kindern zu Hause war und warum sie sich seit Tagen nicht mehr gesehen hatten. Die Ermittler luden die Frau zum Verhör vor, um mehr über den Vorfall zu erfahren. Niki war sehr deprimiert über den Tod ihres Mannes. Sie beklagte sich sofort darüber, dass ihr Mann im Haus immer rauchte, und deutete an, dass dies die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Die Frau beklagte sich, dass sie zu dieser Zeit nicht zu Hause war und Chad nicht retten konnte. Ihre Aussage war für die Ermittler jedoch nicht glaubwürdig, da sie davon ausgingen, dass der Tod des Mannes kein Unfall war, sondern ein inszenierter Mord, weshalb sie die Frau weiter befragten. Niki erklärte den Strafverfolgungsbehörden ihre Abwesenheit aus dem Haus damit, dass die Heizung kaputt gegangen war, sodass sie gezwungen war, vorübergehend in ein Hotel zu ziehen, da sie die Kälte nicht ertragen konnte. Die Kinder waren jedoch nicht bei ihr oder ihrem Ehemann, sondern lebten zu diesem Zeitpunkt bei der Mutter der Frau, da sie mit Arbeit überhäuft war. Als sie den Vorfall erzählte, platzte sie plötzlich damit heraus, dass sie die Kinder wegbringen musste, weil Chad ein missbräuchlicher Trinker war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich nie über die Jähzornigkeit ihres Mannes geäußert und nur Gutes über ihn gesagt. Nachdem sie sich geäußert hatte, enthüllte sie später, dass sie und ihre Kinder ständig Opfer des moralischen Drucks und der körperlichen Misshandlung durch den Mann waren. Die Frau besaß eine große Anzahl von Fotos, auf denen blaue Flecken und Verletzungen zu sehen waren, die sie von ihrem Mann erlitten hatte. Sie gestand der Polizei, dass sie die Kinder verlegt hatte und selbst ausgezogen war, da sie vor dem Tyrannen nach Texas fliehen wollte und sich schon darauf vorbereitete. Sie hatte bereits einen Job an dem neuen Ort, an dem sie bald sein sollte. Der Umzug sollte in einer Woche stattfinden, doch ihre Pläne änderten sich durch den Tod ihres Ehepartners. Nun hatte sie keinen Grund mehr zu gehen und niemanden, vor dem sie weglaufen konnte, und die Frau beschloss zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler nichts gegen Niki in der Hand und ließen sie gehen, setzten aber die Ermittlungen fort und betrachteten die Frau als Verdächtige. Am Tag nach der Befragung der Ehefrau kamen die Ergebnisse der Autopsie zurück. Die Gerichtsmediziner stellten eine schwere Verformung des Gesichts fest, die durch einen Schuss aus einer Schrotflinte verursacht worden war. Außerdem war die gesamte vordere Hälfte des Körpers verbrannt. Das Opfer lag auf dem Rücken, als das Feuer ausbrach, sodass die gesamte hintere Körperhälfte weniger stark verbrannt war und die Gerichtsmediziner dort Schmauchspuren fanden. Natürlich ist es unmöglich, sich selbst mit einer Schrotflinte in den Rücken zu schießen. Auf jeden Fall gibt es viel einfachere Möglichkeiten, sich das eigene Leben zu nehmen. Die Todesursache war eine Schusswunde. Und zum Zeitpunkt des Brandes war Chad bereits tot, und es war kein Ruß in seinen Atemwegen. Der leitende Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Mann schon eine ganze Weile tot war. Zwei oder drei Tage, was bedeutet, dass er das Feuer nicht gelegt haben kann. Es wurde klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Jemand hatte den Mann erschossen und dann das Feuer gelegt. Vor diesem Hintergrund wurde natürlich die Witwe zur Hauptverdächtigen, da sie ein ernsthaftes Motiv hatte. Darüber hinaus entdeckten die Ermittler sehr schnell ein weiteres mögliches Motiv, das die Frau geleitet haben könnte, nämlich den Versuch, Chad Ancel loszuwerden. Wie sich herausstellte, setzte sie sich kurz nach dem Vorfall mit der Versicherungsgesellschaft in Verbindung, um eine Auszahlung für den Sachschaden nach dem Brand zu erhalten. Die Ermittler fanden auch die Umstände heraus, die den tragischen Ereignissen vorausgingen. Dezember erhielt die Familie das Haus und schloss eine Versicherung dafür ab, und weniger als eine Woche später brannte es unter ungeklärten Umständen nieder. Nach den Worten von Nicky zu urteilen befand sich die Beziehung zu ihrem Mann in einer schweren Krise. Konnte eine liebende Ehefrau auf diese Weise zwei Probleme auf einmal loswerden, finanzielle Schwierigkeiten und einen Mann, der auf gleicher Augenhöhe mit ihr Ansprüche stellt? Als die Polizei den Tatort untersuchte, fand sie in der Küche ein Paket mit einem an einen Mann namens Earl Howard adressierten Päckchen. Natürlich musste diese neue Figur in diesem Fall überprüft werden. Schnell wurde seine Verbindung zu Nicky entdeckt. Bei ihrer ersten Befragung gab sie gegenüber der Polizei an, ein Hotelzimmer gemietet zu haben, aber bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Zimmer nicht auf sie, sondern auf den Mann angemeldet war, an den das Paket adressiert war. Earl Howard war ein normaler Berufstätiger, der seine gesamte Freizeit zu Hause verbrachte. Er stammte ursprünglich aus Kanada, zog aber später nach Bismarck, North Dakota, USA. Er wurde durch ein wichtiges Jobangebot dazu überstimmt. Fünf Tage nach dem Brand wurde Nicky zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht, wo man ihr Suggestivfragen über Earl zu stellen begann. Zunächst leugnete sie, den Mann überhaupt zu kennen, doch später gab sie unerwartet bereitwillig zu, dass sie eine Beziehung mit ihm hatte. Nach ihren Angaben begannen die beiden vor einem Jahr eine Affäre, aber ihr Ehemann wusste davon und nahm es als gegeben hin. Die Frau fuhr fort, sich mit ihrem Liebhaber zu verabreden, da sie eine offene Beziehung zu ihrem Mann hatte. In dieser Zeit fing Chad an, mehr Alkohol zu trinken und sich tagtäglich zu betrinken, außerdem beleidigte er seine Ehefrau häufig. Während des Verhörs stellte sich die Frau als Opfer dar, weinte ständig und erzählte dennoch weiter. Manchmal so leise, dass die Polizei sie auffordern musste, lauter zu sprechen. Erfahrene Ermittler glaubten, dass sie nicht aufrichtig war, sondern nur versuchte, das Opfer zu spielen, indem sie die Tränen verdrückte. All dies hätte genutzt werden können, um der Polizei zu schmeicheln. Sie erkannte jedoch nicht, dass man beschlossen hatte, mit ihr den guten und den bösen Polizisten zu spielen. In der Anfangsphase des Verhörs war es der gute Polizist, der ihr zur Seite stand. Als der böse Polizist ins Spiel kam und Druck auf Niki ausübte, änderte sie sofort ihr Verhalten und hörte auf zu weinen. Es war, als ob die Frau merkte, dass ihre Tränen nichts bewirken würden, weshalb sie fortan klar und deutlich erzählte, ohne dabei zu weinen. Nachdem der Ermittler sie aufgefordert hatte, nur die Wahrheit zu sagen, brach die Hauptverdächtige schließlich zusammen und schilderte detailliert die Ereignisse, die zum Tod ihres Mannes in der Nacht des 30. Dezember führten, an dem er zuletzt gesehen worden war. Am Abend des 30. Dezember besuchte Chad seinen Lieblingsbowlingclub. Er kegelte ein paar Stunden, bevor er nach Hause ging. Zu dieser Zeit befand sich seine Frau mit ihrem Liebhaber im Hotel. Sie hatte vor, am Abend nach Hause zu fahren und ihre restlichen Sachen zu packen, bevor sie nach Texas reiste. Als Niki jedoch vor ihrer Haustür auftauchte, war ihr Ehemann stark alkoholisiert, begann sie erneut zu beschimpfen, griff sie körperlich an. In solchen Momenten, sagte sie, würde sie einfach weggehen. Doch an diesem Punkt der Erzählung geriet Niki ins Stocken und begann über abgelenkte Themen zu spekulieren. Sie beklagte sich darüber, dass ihr Ehemann nicht nur getrunken, sondern auch beim Glücksspiel Geld verloren habe. Der böse Polizist musste die Verdächtige erneut unter Druck setzen, damit sie die Fragen der Ermittler weiter beantwortete. Unerwartet gestand sie, dass sie an diesem Abend nicht allein nach Hause gekommen war, sondern mit ihrem Liebhaber Earl. Ihr Ehemann war darüber sichtlich unglücklich und begann sie anzuschreien, woraufhin die Frau das Haus verließ. Nach Angaben der Frau hörte Niki einen heftigen Streit und ein Handgemenge zwischen ihrem Geliebten und ihrem Mann, und dann fiel ein Schuss. Sie hat Earl jedoch nicht einmal gefragt, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Als er das Haus verließ, so die Frau, stiegen sie einfach in ein Auto und fuhren schweigend davon. Die Verdächtige schrieb ihr Geständnis auf und legte es auf den Tisch. Wahrscheinlich wurde ihr in diesem Moment bewusst, dass sie einige Details der erfundenen Geschichte vergessen könnte, also nahm sie das Papier vom Tisch und wollte es zerreißen, aber der Ermittler war schnell genug, um ihr das Geständnis aus den Händen zu reißen. Dieses Verhalten erregte noch mehr Misstrauen. Nach dem Verhör hatten die Polizeibeamten keinen Zweifel daran, dass die Frau etwas mit dem Tod von Chad Encel zu tun hatte. Die Frau verließ das Büro in Handschellen. Später entdeckten die Ermittler bei der Untersuchung des Tatorts eine Überwachungskamera in der Wohnung des Opfers. Das war ein echter Glücksfall für die Ermittler. Das Videomaterial der Kameras wurde beschlagnahmt und überprüft. Dabei entdeckten die Polizeibeamten eine Menge interessanter Dinge. Die Aufnahmen zeigten, wie Earl und Nikki am 30. Dezember gegen 22 Uhr vor dem Haus vorfuhren, etwa eine halbe Stunde bevor Chad die Bowlingbahn verließ. Die Frau und ihr Liebhaber gingen hinein und blieben etwa 20 Minuten im Haus. Dann kamen sie mit einem Stapel Kartons wieder heraus. Damit war der erste Teil des Geständnisses der Frau widerlegt. Es stellte sich heraus, dass sie schon am Tatort war, bevor ihr Ehemann vom Spiel zurückkehrte. Die Ermittler vermuteten, dass sie ihre Besitztümer, die sie vor dem beabsichtigten Feuer retten wollte, herausgenommen hatte. So konnte sie zumindest wegen vorsätzlicher Brandstiftung angeklagt werden. Allerdings musste das gesamte Bild rekonstruiert werden, da es sich bei solchen Spekulationen um Indizien handelte, die für die Geschworenen nicht überzeugend sein konnten. Das Paar verließ danach das Haus, und Chad kam um 22.30 Uhr nach Hause, wobei er offenbar nicht einmal merkte, dass seine Frau und ihr Liebhaber in seinem Haus waren. Kurz vor ein Uhr morgens fuhr das Auto mit Nikki und Earl erneut vor das Haus, sie betraten das Haus, und danach gingen fast alle Kameras aus. Die einzige Kamera, die noch funktionierte, war diejenige, die die Einfahrt filmte. Die Sicht war eingeschränkt und erfasste nicht alles, was vor sich ging. Später verließ das Paar das Haus und fuhr davon. Die Zigaretten, die im Haus gefunden wurden, waren in der Tat genau die gleichen, die der Mann geraucht hatte. Sie waren jedoch nicht zu Ende geraucht, sondern in Brand gesetzt und auf die Möbel und den Boden geworfen worden, wo ein Feuer hätte entstehen können. Dies war offensichtlich inszeniert. Gegen die Verdächtigen sprach auch die Tatsache, dass Nikki, die alleinige Nutznießerin der Versicherungssumme für das Haus war, die 26.000 Dollar betrug. Sie wurde am 7. Januar unter dem Vorwurf der Verschwörung zum Mord verhaftet. Nach ihrer Verhaftung wurde die Kaution auf eine halbe Million Dollar festgesetzt, aber so viel Geld hatte die Frau nicht, also blieb sie hinter Gittern. Es stellte sich heraus, dass Nikki bereits dreimal wegen Betrugs verurteilt worden war und die Frau war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung auf Bewährung. Die Ermittler begaben sich daraufhin zum Haus von Earl, um den Komplizen der Verbrecherin zu verhaften und eine Aussage von ihm zu erhalten. Er war jedoch nirgends zu finden, denn der Mann war auf der Flucht. Glücklicherweise war es dem Komplizen nicht vergönnt, der Justiz zu entkommen. Zwei Tage nach der Verhaftung von Nikki wurde Earl in Turin, Michigan gefasst. Er wurde an der Grenze zwischen diesem Staat und Kanada festgenommen. Offenbar wollte er in sein Heimatland fliehen, um der Gerichtsbarkeit der US-Behörden zu entgehen. Der Mann leistete keinen Widerstand, als er festgenommen wurde. Nach der Festnahme konnte die Polizei weitere Informationen von dem Verdächtigen erhalten, die eine zuverlässigere Rekonstruktion der Ereignisse jener verhängnisvollen Nacht ermöglichten. Es stellte sich heraus, dass die Mörder einen viel wichtigeren Grund für die Tat hatten, als eine kleine Versicherungssumme für das Haus. Die Affäre der Komplizen dauerte mehr als ein Jahr. Bei einem der Treffen erzählte die Frau ihrem Liebhaber, dass das Kind eine Versicherungspolize über 600.000 Dollar besitzt. Sie dachten, dass dieses Geld ihre Probleme lösen und ihnen die Möglichkeit geben würde, ein sorgenfreies Leben zu führen. Niki wollte alle Probleme mit der Scheidung und der Aufteilung des Vermögens vermeiden und wählte daher einen für sie dunkleren und profitableren Weg. Sie beschlossen, den Mann zu töten und alles so zu inszenieren, als ob er sich das Leben genommen hätte. Als nächstes wollte das Paar alle möglichen Gelder aus Lebens- und Sachversicherungen kassieren und für immer nach Texas fliehen. Am 9. Dezember fassten sie ihren Entschluss und bereiteten die Tat vor. Und am 30. setzten sie den Plan in die Tat um. Damit die Kinder nicht zufällig Zeuge dieser Ereignisse wurden, schickte Niki sie vorab zu ihrer Mutter. Die Frau wusste, dass ihr Gatte an diesem Abend zum Bowling gehen würde, also kam sie schon vorher und sammelte Dinge ein, die sie vor dem Feuer retten wollte. Auf den Videoaufnahmen des Hotels war zu sehen, wie das Paar die Gegenstände auf ihr Zimmer brachte. Später am Tag kehrten sie an den Tatort zurück. Niki schaltete die Kameras und das Sicherheitssystem aus. Earl hatte eine Schrotflinte bei sich. Wer genau das Opfer erschossen hat, blieb unklar, da die Angeklagten versuchten, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Was sich hinter den verschlossenen Türen des Hauses abspielte, war unmöglich zu erfahren. Klar war jedoch, dass der Mord geschah, als der Mann schlief. Er wurde in den Rücken geschossen. Er war auf der Stelle tot. Dann wurde er umgedreht und ins Gesicht geschossen, um ein Suizid zu inszenieren. Die Täter glaubten, dass alles in Flammen aufgehen und das Feuer alle Spuren vernichten würde, sodass ihr Schuss in den Rücken für die Spurensicherung unmöglich zu entdecken sein würde. Die Waffe wurde achtlos auf das Bett geworfen. Anschließend verschütteten die Einbrecher alle Whiskyflaschen, die sie im Haus fanden, und warfen die Flaschen weg, um die Trinkgewohnheiten des Mannes zu unterstreichen. Dann stellten sie einfach einen Gasofen in den Raum und zündeten ihn an. Das Ehepaar rechnete damit, dass dies einen Brand verursachen würde, und ging einfach weg. Am nächsten Tag verfolgten sie die Nachrichten in der Hoffnung, etwas über den Vorfall zu erfahren, aber es kam nichts. Das machte sie nur noch wütender, sodass sie sich gezwungen sahen, zum Haus zurückzukehren. Dort fanden sie kleine Brandherde, die zu schwach waren und erloschen sind. Danach verlegten sie die Matratze und die Habseligkeiten so, dass sie leichter Feuer fangen konnten. Earl ging auch in den Keller und legte direkt über dem Herd, der sich im Erdgeschoss befand, einen Brandanschlag. Zu diesem Zeitpunkt warfen sie Zigaretten in den Raum. Die Kriminellen glaubten, dass ihr Plan nun unweigerlich funktionieren würde, und verließen das Haus wieder. In den nächsten zwei Tagen gab es jedoch wieder keine Informationen über den Brand oder über das Opfer. Die Täter bekamen es mit der Angst zu tun und waren in ihrer Verzweiflung gezwungen, am 2. Januar um 17 Uhr wieder an den Tatort zurückzukehren. Als die Frau aufgrund des Luftzugs die Tür öffnete, flammte das Feuer sofort auf. Es war ihr jedoch klar, dass der Plan nicht funktioniert hatte, da das Haus nicht wie erwartet bis auf die Grundmauer niedergebrannt war. Niki rief den Notdienst an und erkannte, dass es nicht möglich war, alle Beweise und Spuren, die sie und ihr Freund hinterlassen hatten, zu beseitigen. Sie musste improvisieren, um Zeit zu gewinnen, denn es mussten Versicherungsansprüche geltend gemacht werden. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Fingerabdrücke der beiden Täter sowie zahlreiche DNA-Spuren. Die verpfuschte Inszenierung wurde sofort aufgedeckt. Selbst die Position der Schrotflinte auf dem Bett verriet den Versuch, die Ermittlungen zu verwirren. Hätte er sich selbst das Leben genommen, hätte die Schrotflinte nicht diese Position einnehmen können. Dies war eines der Argumente der Staatsanwaltschaft während des Prozesses, das die Geschworenen überzeugte. Niki und Earl wurden wegen Mordes angeklagt. In letzter Minute willigte der Mann jedoch in einen Vergleich ein, sodass die Staatsanwaltschaft alle Einzelheiten des Verbrechens erfuhr. Der 43-jährige Earl Howard bekannte sich der Verschwörung zur Brandstiftung und der Manipulation von Beweismitteln schuldig. Daraufhin wurde der Mann zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt, die nach 21 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. In der Verhandlung versuchten die Angeklagten, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, aber Earl sah eher vor, die Ehefrau des Opfers zu beschuldigen. Er sagte gegen sie aus. Niki weigerte sich jedoch auf schuldig zu plädieren und behauptete, sie sei außerhalb des Hauses gewesen, als der Schuss ertönte, und Earl habe ihn abgegeben. Sie behauptete auch, dass es ihr Liebhaber war, der das Feuer gelegt, Zigaretten geworfen und einen Suizid inszeniert hat. Earl sollte als Zeuge aussagen, was jedoch nicht geschah. Später wurde Niki ein weiteres Mal verhört. Die Frau erzählte absurde Geschichten, dass ihr Ehemann von ihrer Affäre wusste und ihnen erlaubte, sich zu treffen, und dass Earl und Chad Freunde waren. Niki behauptete, ihr Mann sei ein Alkoholiker. Niemand aus dem Umfeld der Familie glaubte jedoch, dass der Mann stark trank. Seine Frau schlug und ihr erlaubte, mit einem Liebhaber auszugehen. Der Ehemann war ein Abteilungsleiter mit großer Verantwortung, arbeitete mit Kindern und gab nie Anlass, an seinen Qualitäten zu zweifeln. Er wurde nie betrunken gesehen, und er schätzte seine Familie und seine Arbeit. Daher glaubte niemand der Angeklagten ihre Geschichte über einen schlechten Ehemann, jeder dachte, dass sie sich das aus dem Ärmel schüttelte. Jede der aufeinanderfolgenden Geschichten unterschied sich von der vorherigen. Dennoch wurde die 41-jährige Niki am 17. Februar 2023 der Verschwörung zum Mord, der Brandstiftung und der versuchten Vertuschung des Verbrechens für schuldig befunden. Am 16. März 2023 wurde sie zu lebenslanger Haft mit Bewährung nach 36 Jahren verurteilt, plus 15 Jahre Gefängnis für Brandstiftung. Dieses Urteil war umstritten, weil die Strafe für die Ehefrau des Opfers wesentlich härter ausfiel als für den Liebhaber. Gleichzeitig gab es allen Grund zu der Annahme, dass er nicht weniger an der Straftat beteiligt war. Dies wurde jedoch damit begründet, dass der Liebhaber seine Schuld zugab und bei den Ermittlungen kooperierte, während Niki dies nicht tat. Das Gerichtsurteil wurde jedoch nicht überprüft, was bedeutet, dass die erste Berufung des Kriminellen im Jahr 2026 eingereicht werden kann. Der Valentinstag 2005 sollte für Joanne Nelson ein Feiertag werden. Sie wollte einen romantischen Abend mit ihrem Freund verbringen, mit Wein und Blumen. Doch dann wurde alles zum Chaos, das zum größten Albtraum im Leben der Eltern des Mädchens wurde. Am Abend desselben Tages rief Joannes Freund die Polizei an, um zu melden, dass seine Verlobte vermisst werde. Joanne Nelson wurde als junges Mädchen mit einer lustigen, verspielten Persönlichkeit beschrieben, für die Familie und Freunde an erster Stelle standen. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend mit zwei jüngeren Schwestern namens Katie und Jenny. Ihre Mutter war Lehrerin an einer Bildungseinrichtung und das Familienoberhaupt arbeitete als Ingenieur bei der Stadtverwaltung. Sie lebten alle zusammen in einem Haus in der Stadt Kingston-upon-Hull, die in East Yorkshire Großbritannien gelegen ist. Joanne wuchs umgeben von fürsorglichen Eltern auf, die ihr alles gaben, was sie für ein erfülltes Leben brauchte. Dies ermöglichte es ihr, sich ihren Studien und den sozialen Aspekten des Lebens zu widmen, in denen sie hervorragende Leistungen erbrachte. Die Teenagerin war auch sportlich aktiv, insbesondere im Schwimmen. Im Team spielte sie Netzball und Lapta. Im Großen und Ganzen führte Joanne ein sorgloses Teenagerleben, lernte aber fleißig, um Krankenschwester zu werden und fand auch einen Job in einer örtlichen Klinik. Joanne war sehr empathisch und konnte sich in alle Patienten einfühlen. Eines Tages kam sie weinend nach Hause, weil sich ihre Patientin in einem sehr ernsten Zustand befand und sie sich auch um sie sorgte. Joanne sammelte umfangreiche Erfahrungen im medizinischen Bereich, als sie sich als Freiwillige für einen Auslandseinsatz in Ghana meldete. Später arbeitete sie beim Arbeitsamt in ihrer Heimatstadt, um in der Nähe von Freunden und Familie zu sein. Sie liebte und befürwortete alles, was dazu beitrug, ihr Leben und das Leben der Menschen in ihrer Umgebung zu verbessern. Joanne lernte Paul Dyson kennen, der als Türsteher in einem Nachtclub und in örtlichen Bars arbeitete. Als sie sich kennenlernten war er 27 Jahre alt, und Joanne war erst 19. Die jungen Leute wurden sich jedoch schnell einig und zogen zusammen, um eine gemeinsame Familie zu gründen. Die Eltern des Mädchens waren gegen eine Beziehung mit einem unpassenden Mann und bestanden darauf, dass die Tochter in ihrem Haus wohnte, da sie noch zu jung war. Joanne hörte jedoch nicht auf den Rat ihrer Eltern, und das junge Paar zog bei der Mutter des Freundes ein. Später konnten sie eine kleine Wohnung in einem Haus in Cottingham County beziehen. Im Laufe des Zusammenlebens wurde die Beziehung des Paares immer angespannter. Sie entdeckten grundlegende Unterschiede in ihren Weltanschauungen und Lebensstilen. Nach Ansicht Joanne bemühte sich ihr Partner um nichts, verursachte ein Chaos im Haus, was sie sehr ärgerte. All dies führte zu Spannungen, Konflikten und Skandalen, wobei viele Probleme auf die unterschiedlichen Aktivitäten der Partner zurückzuführen waren. Der Mann verließ aufgrund des Drucks des Mädchens den Nachtclub und wurde Schreiner und arbeitete für sich selbst. In der Anfangsphase seiner Tätigkeit brachte dies kein Einkommen. Joanne hatte mehr Aussichten, sie hatte einen recht gut bezahlten Job und eine entsprechende Ausbildung, ihre Karriere kam in Schwung. Generell hatte das Paar jedoch finanzielle Schwierigkeiten, das Gehalt Joanne reichte für zwei Personen einfach nicht aus, was die Situation in ihrer Beziehung weiter verschärfte. Trotz dieser Schwierigkeiten beschlossen, sie ihre Verlobung bekannt zu geben. Dies trug jedoch nicht dazu bei, die Situation zu entschärfen, die häuslichen Probleme nahmen zu. Joanne wollte unbedingt reisen und die Welt erkunden, während der Mann nicht so zielstrebig war. Sie ärgerte sich über die Aktivitäten ihres Freundes, denn die Wohnung wurde durch ihn ziemlich schnell schmutzig, was sie daran hinderte, das Haus sauber und ordentlich zu halten. Außerdem behandelte der Partner ihre Hausarbeit mit Missachtung. Am Valentinstag 2005 schlugen die Familie, Kollegen und Freunde Alarm. Zu diesem Zeitpunkt war sie 22 Jahre alt und erschien nicht zur Arbeit im Krankenhaus. Joanne war zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt und sie hatte noch nie solche Fehlzeiten gehabt. Sie war nicht zu erreichen. Es wurde vermutet, dass sie zum Beispiel in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein könnte und deshalb zu spät zur Arbeit kam. Wie dem auch sei, Joanne erschien während der gesamten Schicht nicht im Krankenhaus. Niemand kam auf die Idee, dass Joanne weggelaufen sein könnte. Es gab einfach keinen Grund dafür. Statt des geplanten romantischen Abends rief Paul die Polizei an, um zu melden, dass Joanne spurlos verschwunden war. Als die Polizisten am Haus ankamen, stellten sie fest, dass das Auto des Mädchens in der Einfahrt des Hauses geparkt war. Der Freund erklärte, dass sie frühmorgens Valentins Grüße und Liebeserklärungen ausgetauscht hätten. Dann küsste er seine Geliebte und ging zur Arbeit. Sie konnte noch eine Stunde schlafen, bevor sie aufstand und sich für die Arbeit fertig machte. Doch bevor er ging, ließ Paul eine Geschenktüte im Wohnzimmer zurück, in der sich eine Überraschung für Joanne befand, ein traumhafter Verlobungsring, den sie unbedingt haben wollte, den sie aber nicht sofort kaufen konnten, weil er zu teuer war und sie auf eine Hochzeit sparten. Aber schließlich legte Paul das Geld beiseite und kaufte den Ring für seine Geliebte als Valentinsgeschenk. Als der Mann am Abend zurückkam, war seine Geliebte nicht zu Hause und ging nicht ans Telefon. Wie jeder andere wusste auch er, dass dies für sie untypisch war, und so machte er sich Sorgen. Paul rief alle Verwandten und Freunde an, aber niemand hatte sie im Laufe des Tages gesehen. Daraufhin wandte er sich an die Strafverfolgungsbehörden. Auch der Ring wurde im Haus nicht gefunden, obwohl alle anderen Dinge an ihrem Platz waren. Das Verschwinden des Mädchens wurde in der Kleinstadt schnell bekannt. Die Polizei suchte nach ihr, und ihre Familie hoffte, dass es Joanne gut ging und sie nur mit Freunden irgendwo unterwegs war. Obwohl es dafür keinen Grund gab. Je mehr Zeit verging, desto weniger Hoffnung gab es. Joanne erschien nicht zur Beerdigung des Vaters ihrer besten Freundin und gratulierte auch ihrer Schwester Katie nicht zu ihrem 19. Geburtstag. Diese Anlässe konnte Joanne einfach nicht verpassen. Alle Verwandten und Bekannten schlugen Alarm und verlangten Antworten von der Polizei. Eine groß angelegte Suche nach der 22-jährigen Vermissten wurde eingeleitet. Zahlreiche Militärangehörige Polizeibeamte, Joannes Angehörige und viele Freiwillige beteiligten sich an der Aktion. Schon in den ersten Tagen der Suchaktion betonte der Vater der Vermissten, dass er glaube, dass ihr Freund etwas damit zu tun habe. Paul wies jedoch alle Anschuldigungen zurück, und alle anderen Familienmitglieder glaubten nicht, dass er Joanne etwas angetan haben könnte, da er aktiv an der Suche nach seiner Geliebten beteiligt war. Er war der Erste, der ihr Verschwinden bei der Polizei meldete und arbeitete aktiv an den Ermittlungen mit. Er sprach mit den Menschen auf der Straße und verbreitete die Nachricht vom Verschwinden seiner Verlobten, aber je länger es dauerte, sie zu finden, desto panischer wurden Freunde und Familienmitglieder. Paul wurde mehrmals von der Polizei und Reportern kontaktiert. Er betonte stets, dass er kein Hass gegen seine Freundin verspürte und ihr niemals etwas antun könnte. Er zeigte seine Trauer und Angst um Joanne, denn die Verdächtigungen der anderen ließen allmählich nach. Der Mann weinte vor einem lokalen Fernsehteam, das gerade in Sendung war. Er bat Joanne wiederzukommen, und es wurden viele Videos aufgenommen, auf denen Paul sehr bedrückt über das Geschehene aussah. Es schien keinen Grund zu geben, ihn zu verdächtigen, aber die Polizei glaubt nur den Tatsachen, also nahm sie ihn weiterhin gründlich unter die Lupe, denn in diese Fälle sind in der Regel die Menschen verwickelt, die ihm am nächsten stehen. Seine Befragungen wurden von der Polizei in Zusammenarbeit mit Experten analysiert. Ihrer Meinung nach zeigte seine Körpersprache, dass er nicht wusste, wovon er sprach. Er drückte auf die Tränendrüse, indem er seine Bitterkeit und seinen Schmerz über den Verlust zum Ausdruck brachte. Es war, als ob er versuchte, andere von seiner Unschuld zu überzeugen, und dabei log. Experten für nonverbale Kommunikation wiesen darauf hin, dass der Freund des Vermissten seine Augen mit aller Kraft zudrückte, was nicht mit normalem Weinen zu vergleichen ist, bei dem die Tränen von selbst kommen. Mit der Technik, die Paul anwandte, kann jeder auch ohne Grund Tränen verdrücken. Außerdem bemerkten die Gerichtsmediziner auf den Vernehmungsbändern mehrere Spuren an den Daumen des Mannes. Die Polizei hat das schon einmal gesehen. Entsprechende Abdrücke können zum Beispiel entstehen, wenn man eine Person erwürgt und sie sich verzweifelt wehrt. Die Spuren an Pauls Händen sahen aus wie Kratzer von den Fingernägeln eines Opfers, das um sein Leben kämpft. Es handelte sich um sichelförmige Abdrücke auf der Haut, was den Freund sehr verdächtig machte und die Ermittler dazu veranlasste, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Später tauchte ein unerwarteter Hinweis auf, der zuverlässig auf den Schuldigen hinter Joannes Verschwinden hindeutete, sein Kampfsporttrainer hatte Pauls Mutter die beunruhigende Nachricht überbracht. Nach Angaben des Sportlehrers hatte ihm der Mörder selbst erzählt, was mit seiner Verlobten geschehen war, und das aus völlig unbekannten Gründen. Er schien sich jemandem anzuvertrauen, den er für einen engen Freund hielt. Der Trainer wusste eine Zeitlang nicht, was er mit dieser Information anfangen sollte, denn Paul bat ihn, niemandem davon zu erzählen. Doch der Mann erkannte, dass dies falsch war und wollte es der Polizei melden. Gleichzeitig wollte er sich aber auch nicht selbst belasten. Schließlich beschloss der Trainer, Pauls Mutter von dem Geständnis zu berichten. Die Frau war empört über die Tat ihres eigenen Sohnes, denn sie ging selbst zur Polizei. Sie erzählte alles, was der Trainer mit ihr geteilt hatte. Paul Dyson wurde sechs Tage nach seiner eigenen Meldung über das Verschwinden des Mädchens verhaftet. Die Polizisten, die den Mann aufgrund der erhaltenen Informationen bereits zuvor verdächtigt hatten, führten ein intensives Verhör des Hauptverdächtigen durch. Während der Befragung enthüllte er die dunkle Wahrheit über jenen Valentinstag. Er und Joanne waren am Morgen in ihrem gemeinsamen Haus, als ein Streit ausbrach. Es ging um die Tatsache, dass es an der Zeit war, die Beziehung zu beenden. Joanne warf ihrem Partner mangelndes Interesse an Hausarbeit und Ordnung vor. Sie war es leid, wegen des Schmutzes, den er im Haus anrichtete, ständig putzen zu müssen. Kurz zuvor hatte sie ihn gebeten, die Waschmaschine zu reparieren oder zum Hausherrn zu gehen, aber der Mann ignorierte das und sorgte damit erneut für Joannes Unzufriedenheit. Daraufhin sagte Joanne, dass sie müde sei und mit Paul Schluss machen wolle. Außerdem meinte sie, sie sollten ihr gemeinsames Eigentum verkaufen, damit sie ihren Anteil bekommen könne. Das machte Paul schließlich so wütend, dass er Joanne tatsächlich den Tod wünschte. In einem Wutanfall stürzte sich der Mann auf sie und erwürgte sie mit bloßen Händen. Körperlich war er ihr an Kraft und Training überlegen, sodass die zerbrechliche Joanne keine Chance hatte, obwohl sie sich verzweifelt wehrte. Der Mann erzählte der Polizei, dass er nach dem Vorfall erstaunlich gefasst blieb, sodass er begann, weitere Aktionen sorgfältig zu planen. Er besuchte angeblich zufällig das Haus seiner Mutter, um sich ein Gartengerät zu leihen. Paul handelte meisterhaft, indem er die Aufmerksamkeit ablenkte und sich zwischendurch daran erinnerte, dass er das Werkzeug für die Arbeit in seinem Garten benötigte. Nach dem Besuch bei seiner Mutter ging er in den nächstgelegenen Baumarkt, wo er große Müllsäcke, Handschuhe und Reinigungsmittel kaufte. Auf dem Heimweg hielt der Junge sogar an, um mit einem Nachbarn über die Geldbörse zu sprechen, die er und Joanne haben wollten. Paul verhielt sich unheimlich ruhig und tat so, als sei alles normal und als sei nichts passiert. Als er zu Hause ankam, fesselte er seine verstorbene Freundin an Händen und Füßen und packte sie dann in Müllsäcke, die er außen mit Klebeband zubahnt. Am helllichten Tag trug er die Leiche unauffällig aus dem Haus und lud sie in einen Vauxhall Nova. Für die Polizei sah das schamlos und dreist aus. Anschließend fuhr er in ein abgelegenes Gebiet im Bransberg Forest, das in North Yorkshire liegt. Die Fahrt war etwa 100 Kilometer lang. Er hielt einmal an einer Tankstelle an, um zu tanken. Als er sein Ziel erreichte, trug er die Leiche etwa 250 Meter weit, bis er einen geeigneten Platz fand, an dem er Joanne, die er angeblich so leidenschaftlich liebte, begraben konnte. Er fand eine kleine Schlucht zwischen den Kiefern, in die er die Pakete warf und mit Zweigen bedeckte, damit sie nicht auffielen. Für die Hin- und Rückfahrt benutzte er das Auto seiner verstorbenen Freundin, das er nach seiner Rückkehr an der üblichen Stelle vor dem Haus abstellte. Er ließ es so aussehen, als ob er sich nichts zu Schulden kommen ließ und reinigte das Haus gründlich mit Reinigungsmitteln. Unmittelbar danach meldete er selbst das Verschwinden seiner Geliebten bei der Polizei, weil er glaubte, dass dies den Verdacht der Strafverfolgungsbehörden abwenden würde. Aus demselben Grund beteiligte er sich so aktiv an der Suchaktion und nutzte sogar die Medien, um die Ermittler weiter zu verwirren. Die Folgen seines Handelns zeugten von einer eiskalten und berechnenden Natur. Nach dem, was er getan hatte, wenn er nicht an den Durchsuchungsmaßnahmen beteiligt gewesen wäre, hätte er einfach mit seiner normalen Routine weitergemacht, als wäre nichts geschehen. Später behauptete er, er könne den genauen Ort der Leiche seiner Geliebten nicht bestimmen, weil er sich nicht daran erinnern könne. Paul wurde ausführlich dazu befragt, wohin er ging und wie er dorthin kam, welcher Spur er folgte, wo die Bäume waren und wie sie lagen. Jedes Detail, das die Beamten herausfinden konnten, überprüfte die Polizei vor Ort. Sogar die Baumarten, auf die der Halbstarke auf dem Weg zur Schlucht traf, wurden analysiert. Dann begann eine sechswöchige Suche, bei der Zivilisten und hunderte von Polizeibeamten das Gebiet durchkämpften. 39 Tage nach dem Mord wurden die in schwarze Müllsäcke verpackten Überreste in Bransby gefunden. Sie befanden sich einen halben Kilometer von der nächsten Straße entfernt. Am 24. März erhielt die Familie von Joanne die Nachricht von dem beunruhigenden Fund. Sie wurden angerufen, um die Leiche zu identifizieren. Die Familie war schockiert und bestätigte, dass es sich bei den von der Polizei entdeckten Überresten tatsächlich um die Leiche ihrer Tochter Joanne handelte. Über 300 Menschen nahmen an Joannes Beerdigung teil, und die Charter Lance Chapel war voll besetzt. Die ganze Gemeinde nahm Anteil an der Trauer der Familie Nelson. Joannes Vater sagte, er habe von Anfang an vermutet, dass Paul in das Verschwinden verwickelt war. Er wusste, dass er dunkle Seiten hatte, insbesondere neigte er zu Sadismus und Gewalt gegen Frauen, und er wusste, dass es in der Beziehung von Joanne und Paul Probleme gab, die seine Tochter dazu brachten, mit ihrem Freund Schluss zu machen. Der Mörder gab später zu, dass er Steroide nahm, um Muskelmasse aufzubauen. Seine Freunde nannten ihn Psycho, und er selbst prallte damit, dass er mit einem Mord davon kommen würde. Die Einnahme solcher Drogen konnte zu Wutausbrüchen führen. Die Bekannten des ehemaligen Wachmanns behaupteten, dass Paul gerne prügelte und manchmal selbst Konflikte provozierte. Bei der Analyse der Biographie des Verbrechers kamen Kriminalisten der Ursache auf die Spur, die den Mann zu einem gewalttätigen Menschen machte. Zunächst wurde Paul bis zu seinem 16. Geburtstag auf der Sydney Smith High School unterrichtet. Später besuchte er das Hall City College, wo er einen Abschluss als Bauingenieur erwarb, und studierte dann am Bishop Burton Institute, das einen landwirtschaftlichen Schwerpunkt hatte. So erwarb er einen Abschluss in Landwirtschaft. Diese Ausbildung kam ihm später zugute. Im Alter von 17 Jahren verbrachte er viel Zeit mit seinem Vater in Saudi-Arabien, wo er sich mit der Wartung von zivilem Gerät in verschiedenen Bereichen beschäftigte. Später arbeitete der zukünftige Killer als Gärtner und Maschinist in einem holzverarbeitenden Betrieb. Als er noch 15 Jahre alt war, lernte er Colin Allen, einen Kampfsportmeister, kennen. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft und eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Im Nachhinein war es das Vertrauen des Mörders in seinen Trainer, das ihn auf die Anklagebank brachte. Ohne sein Geständnis wäre die Leiche der verstorbenen Joanne höchstwahrscheinlich nie gefunden worden. Der Fall hätte sich über Jahre hinziehen können, bis die Müllsäcke mit dem grausigen Inhalt zufällig von Touristen oder Passanten entdeckt worden wären. Einer der Polizeibeamten, die mit Paul an der Suchaktion beteiligt waren, erinnerte sich später daran, dass er wiederholt fragte, wann hört die Suche auf. Er tat so, als sei er besorgt und wolle, dass sie gefunden wird. In Wirklichkeit wartete er darauf, dass die Suche aufhört. Wahrscheinlich bedauerte er, dass er seine Tat gestanden hatte und wollte sich vor der Verantwortung drücken. Aus Angst, dass Paul widerrufen würde, wurden für den Prozess alle Beweise für seine Schuld gesammelt, die den Geschworenen eine Verurteilung ermöglichen sollten. Kassenbelege und Videoaufnahmen aus dem Geschäft, in dem er Müllsäcke und Handschuhe gekauft hatte. Videoaufnahmen von ihm beim Tanken, die bestätigen, dass Paul das Auto der vermissten Frau fuhr. Abrechnungstelefone und Joannes Auto als Beweis dafür, dass das Auto am Fundort der Leiche stand. Freunde beschrieben Paul als einen charismatischen Kerl, der ziemlich ungestüm war und gerne seine sportlichen Fähigkeiten zur Schau stellte. Er erlaubte sich oft frech zu sein, wenn er sich körperlich überlegen fühlte. Er provozierte andere Menschen gerne zu Aggressionen, war ein geschickter Manipulator und wich Anschuldigungen aus. Paul war eine ziemlich hinterlistige Person und konnte andere in die Irre führen. All diese Techniken setzte er aktiv ein, als er als Türsteher arbeitete. Außerdem erwähnte Dyson Junior oft, dass sein Vater zwei Menschen getötet hatte. Er tat so, als sei dieses Ereignis ein Grund zum Stolz. Dies war jedoch tatsächlich der Fall, da sein Vater Peter Dyson sechs Jahre für den Mord an der Geliebten seiner Ehefrau verbüßte. Dieses Vergehen wurde als Totschlag gewertet. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass er seinen Rivalen in einem Kampf absichtlich zu Tode prügelte, geschah dies im Jahr 1967. Und im Jahr 1974 war Peter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Sein Opfer war ein 47-jähriger Vater von sieben Kindern. Nachdem er den Mann angefahren hatte, überließ Peter ihn dem Tod. Das Familienoberhaupt war für Paul ein echter Held. Er vergötterte seinen Vater regelrecht. Und so war der Tod des Mannes an einem Herzinfarkt im Jahr 2000 ein schwerer Schlag für seinen Sohn. Der Mann verstarb in Saudi-Arabien im Alter von 55 Jahren. Angeblich war er derjenige, der seinem Sohn die Neigung zur Gewalttätigkeit eingeimpft hat. Bevor er seine verstorbene Freundin Joanne kennenlernte, hatte Paul zwei Langzeitbeziehungen. Die erste ernsthafte Beziehung begann 1993, als er Carrie Thompson auf einer Landwirtschaftsausstellung am College kennenlernte. Sie zogen auch zusammen und lebten gemeinsam. Nach einiger Zeit beschwerte sich das Mädchen Polizei über Pauls labilen Zustand und seine Aggressivität. Er konnte bei Auseinandersetzungen körperliche Gewalt anwenden und das Mädchen auf jede erdenkliche Weise einschüchtern, indem er beispielsweise gegen die Wand neben ihr schlug. Besonders schlimm wurde es, als es um die Frage der Trennung ging. Carrie gelang es, dieser toxischen Beziehung zu entkommen und in eine andere Stadt zu ziehen. Im Juni 1999 lernte er Jenny Marie Clark kennen, die seine erste Frau wurde. Sie verlobten sich nur zwei Wochen nach ihrem Kennenlernen. In ihrer ersten Hochzeitsnacht erlebte sie die Brutalität und die Gewalt. Danach wandte er wiederholt körperliche Gewalt gegen sie an. Mehrmals erstattete sie Anzeige bei der Polizei, weil er sie angegriffen und gewürgt hatte. Einmal trieb er sie bis zur Bewusstlosigkeit, aber es gelang ihr zu überleben und die Beziehung zu beenden. Doch schon vorher, im Oktober 2000, wurde Chloe geboren. Sie trennten sich, als sie fünf Jahre alt war, und ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Die Trennung erfolgte im Jahr 2002, als der Mann Joanne kennenlernte. Diese beiden Beziehungen folgen einer Kette von Ereignissen, die schließlich zu Joannes Tod führten. Es ist sehr traurig, dass Joanne nichts von dieser dunklen Vergangenheit wusste und nicht in der Lage war, sich aus dieser Beziehung, die sie ruinierte, zu befreien. Die Mutter des Mörders erzählte der Polizei, dass sie zunächst auf die Lügen ihres Sohnes hereinfiel und ihm alles glaubte. Doch allmählich begann auch sie, ihn zu verdächtigen. Am ersten Tag nach der polizeilichen Anzeige kam er zu ihr nach Hause und schluchzte. Die Mutter tröstete ihren Sohn, so gut sie konnte. Paul war sehr besorgt, dass Nachbarn oder Freunde ihn verdächtigen könnten, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Am selben Tag nahm der Junge seiner Mutter einige Gartengeräte ab, um sich ein Alibi zu verschaffen. Sie bestätigte auch, dass er ein paar Kratzer am Arm hatte. Sie dachte, er hätte sich bei der Gartenarbeit die Hände an Ästen zerkratzt. Erst später stellte sie fest, dass die Kratzer von der ermordeten Frau stammten, die versucht hatte, ihr das Leben zu retten. Der erste Prozesstag war für den 7. November 2005 angesetzt. Plötzlich bekannte sich der Angeklagte vor einem vollen Gerichtssaal für schuldig. Man rechnete mit einem langwierigen Prozess, in dem der Täter auf jede erdenkliche Weise versuchen würde, die Ermittlungen und die Geschworenen zu verwirren, indem er sich weigerte, zu gestehen. Als Reaktion auf Pauls Aussage im Saal begann daher ein Raunen unter den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen, die aufatmeten. Es konnte beobachtet werden, dass der Angeklagte während des gesamten Prozesses keinerlei Emotionen zeigte. Dies war nicht der Fall, als er sich schuldig bekannte. Nicht bei der Formulierung der Anklage und nicht während der Verteidigung. Fast zehn Monate nach Joannes Verschwinden, am 8. November, wurde Dyson zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach nicht weniger als 16 Jahren im Gefängnis konnte er auf Bewährung entlassen werden. Erstaunlicherweise wurde der 45-jährige Mörder 14 Jahre nach Beginn seiner Haftstrafe in den offenen Vollzug verlegt. Ihm wurde angeboten, tagsüber entlassen zu werden. Außerdem stellte er einen Antrag auf Bewährung. Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass der Straftäter ein intensives Programm durchlief, das es ihm ermöglichte, alle seine Probleme mit unkontrollierbaren Wutausbrüchen zu lösen. Er zeigte sogar Interesse an gemeinnütziger Arbeit und bemühte sich, sich zu bessern. Die Familie des ermordeten Mädchens reagierte sehr ablehnend auf diese Bewährungsanträge. Sie empfanden es als ungerecht und ärgerten sich darüber, dass ein kaltblütiger Mörder mit einer derartig milden Strafe für sein gefühlloses Verbrechen davonkommen konnte. Glücklicherweise wurde er zu diesem Zeitpunkt nicht entlassen. Trotzdem stellte Paul im Jahr 2022 einen weiteren Antrag, um auf Bewährung entlassen zu werden. Daraufhin wurde er nach 17 Jahren Haft entlassen, nur ein Jahr nach der zulässigen Mindestzeit. Die Kommission, die über den Mörder entschied, befand den Verurteilten als reformiert. Sie erklärte, dass er keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle. Joannes Familie war mit dieser Entwicklung nicht einverstanden und kämpfte gegen das System, um seine vorzeitige Entlassung zu verhindern. Die Gefängnisdirektoren, die Gefängnisbehörden und die Fachleute für psychische Gesundheit sprachen sich jedoch für Paul aus, und er wurde entlassen. Das genaue Schicksal des Mannes ist bis heute nicht bekannt, und er steht unter Bewährung. Die Familie der Verstorbenen befürchtet, dass sie dem Mörder eines Tages begegnen wird, und fürchtet um ihre Sicherheit, da sie keine Garantien erhalten hat, dass er nicht in ihren Wohnort zurückkehren darf. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.